Willkommen zu einem neuen Video mit meiner Mutter. Mata. Heiß ich Malzeit guten Morgen? Nee, Mata ist Malzeit. Geht so schlau. Schuler, der nächste Song statt. Und, wo geht's dir? Mhm, ich hab die Musik. Und, bekündest du Musik? Mhm, ich hab die Musik. Ja, ich hab mir heute mal gefragt, ob sie mit einer Video reden will. Nee, ich hab's doch selber nach ihr, Mindi. Was machst du, weil du so schönes? Was? Alles klar. Äh, okay. Und, wie geht's dir so an diesem Tag? Mhm. Fast Track First Class Passenger. Auf welchem Land kommt denn deine Freundin? Ja. Oh, ist doch schön. Mhm. Ich war noch nie im Fernwetter. Was denn jetzt? Ich hab Preta schon. Was ist Preta? Eine Frau? Eine Frau? Nein. Ich bin total. Ich geh... Gesellschaftslehrer, schon mal eine 6. Zum Glück haben wir das alte Gießen an, auch als Thema. Freiheitswahl. Ähm. Oh, wo warst du noch so? Ich hab gefragt, wo du noch so warst. Ich hab gefragt, wo du noch so warst. Ich meinte dein Leben. Oh, ich hab gesagt, was ich noch nicht gemacht habe. Oh, gut. Oh. Das war cool. Die Crew ist am Start von meiner Motto-Roll. Ah, das ist der Mit-Loot-Trak-Flo? Ich geh nach damit. Ich hab eine Hoffnung. Ich hab keine Hoffnung. fühlt sich das gerade so an. Und wo warst du noch? Hast du mir nicht mal gesagt, du warst in Ägypten? Und? Was hast du so schönes gehört? Warst du auch schon drinnen? Ähm, die hat einen Namen. Die heißt doch schon. Und? Warst du da alleine oder warst du mit Freunden? Ist das immer noch dein Lebensgefährte? Ist das immer noch dein Lebensgefährte? Nein, immer noch. Kam der aus Deutschland? Nein. Aha. Wo kommt er dann her? Ach so. Das hier. Wie viele Freunde schätzt du hast, du? Nein. Wie viele Freunde hast du nur? Die besten, ja. Ich weiß aber alle. Geschätzt? Okay. Ah, schöner Duft, oder? Ich hab so Verdauungen, die echt die beste sind. Boah, ich krieg die echt schnell. Mama, du hast zwei Hände. Du kannst eine Hand nehmen und dir schnell lassen. Ich hab so einen... Hahaha. 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 Wenn man Käse... Hahaha. Hahaha. Ah, auspuff. Was? Was? Halt. 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 Okay. und was hast du für musik und wie heißt sie ich muss auch so lauter reden das war genau die gleiche lautstärke ebm auf deutsch bleiben ich weiß nicht was aus meiner besprachigen gruppe meine komponenten konnten was hat das schon jetzt heutzutage aha deine freundin heißt das hat mir gerade gesagt Ach so, heißt sie gar nicht so? Ja, das ist mir doch scheiße. Wie heißt du denn? Ich guck mal nicht. Okay. Und wie geht's dir? Was hast du zum Morgen vor? Ich arbeite nicht. Ah, was arbeitest du? Nein. Aha, als was? Als Puppelassistenz oder was? Puppelassistenz. Ich wohnen. Ja, was arbeitest du denn jetzt? Ich mache nichts. Aha. Aha, macht der Beruf Spaß? Ja. Wie viel verdient man so? Möchtest du die Musik an dein Ohr halten? Warum nicht? Was ist dagegen? Nein. No. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah. Äh. Was sagst du so? Denkst du dein Leben hat sich gelohnt? Bis jetzt? Die Antwort ist spitzmäßig. Kann man sie von der ersten Butterbrüche spielen? Und, machst du mal die Abbegrüßung? Noch bald. Allzeit heißt morgen. Ne, Montag und Mittag. Tja, aber das ist keine Abbegrüßung. Weißt du, was er dazu sagt? Ich müsste dir jetzt in den Ohren und du sagst es dann. Danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.